Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Heikes Landhausgarten. Es ist wieder soweit. Es ist Sonntag und es ist Zeit für Heikes Landhausgarten Video. Heute ist Sonntag, der 6. März. Wir haben eine wunderbare Woche hinter uns. Immer schönes Wetter. Ab mittags konnte man wunderbar im Garten arbeiten. Wir waren auch jeden Tag im Garten und haben ganz, ganz viel erledigt. Was wir gemacht haben, das schneide ich euch noch zusammen. Ich sammle das noch ein bisschen für die Gartenarbeiten im März in Heikes Landhausgarten. Aber ein kleines Video haben wir aufgenommen und zwar am Dienstag. Da haben wir einen Ast abgesägt. Und was man dabei auf keinen Fall machen sollte, das schaut euch doch jetzt mal an. Kommt doch einfach bitte mal mit. Beim großen Sturm letzte Woche, da ist hier ja ein großer Ast vom Baum abgebrochen. Seht mal. Ja, und den wollen wir heute hier mal weg machen. Martin ist jetzt da mit richtig schwerem Gerät und der sägt das jetzt ab. Und dann geht's jetzt da mit richtig schwerem Gerät und der sägt das jetzt ab. Teil 2 fällt. Ja, jetzt wird alles weggebracht. Jetzt muss ich aufhören hier mit filmen, weil ich muss jetzt helfen. Hier auf dem Hof haben wir alles klein geschnitten. Ja, und gleich auf den Anhänger gepackt. So, liebe Leute, das war's. Das war das Sonntagsvideo aus Heikes Landhausgarten. Ja, ich wollte das ganz genau aufnehmen. Die Stelle, wo der Martin da Gesicht hat. Und da ist mir doch tatsächlich der Ast auf den Kopf geknallt. Also bitte stellt euch nicht unter den Ast, der abgeschnitten wird. Ja, und jetzt bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen und macht euch einen schönen Sonntag. Geht raus an die Luft, denn es ist wunderschönes Wetter. Die Sonne kommt jetzt auch wieder und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächsten Sonntag in Heikes Landhausgarten Video. Tschüss. Bis nächsten Sonntag in Heikes Landhausgarten Video. Tschüss.